Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo für meinen Kanal. Ich möchte euch heute ein bisschen über kommende und abgeschlossene Projekte informieren, denn wir haben letzte Woche Slender Prison gespielt. Die letzte Slendermap ist in dem Slenderman somit in allen Custom Maps gegenübergetreten. Wir haben davon leider nur ein Achtel geschafft, aber naja, hallo, ist doch eine ganz gute Quote. Auf jeden Fall hat mir das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Es gibt ja auch neuere Maps, die dann in dieser kaufbaren Slender Shadow Mansion Version drin sind. Die werden wir aber nicht spielen. Ich habe euch lediglich die kostenlosen vorgestellt, dass ihr es auch mal zocken könnt. Und dabei belassen wir es auch. Slender The Arrival, das Vollpreisspiel, wird ja auch bald rauskommen. Da werden wir höchstwahrscheinlich mal reinschauen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wäre somit der Mittwoch die nächsten Wochen erst mal frei, da wir Slender ja fertig haben. Und dafür gibt es ein neues Projekt, liebe Damen und Herren. Amnesia The Dark Descent. Amnesia ist ein ziemlich berühmtes Horrorgame, auch ein ziemlich gruseliges. Der zweite Teil sollte demnächst rauskommen. Wir spielen allerdings den ersten. Es soll ein Trip in die Hölle, ein Trip in die menschliche Psyche sein. Ich bin richtig gespannt, habe richtig Bock drauf. Schaltet einfach ein, morgen geht das Ganze los. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Wird bestimmt ein ganz cooles Projekt, kann man einiges rausziehen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir hatten ja auch immer Indie-Games, die Indie-Games-Vorstellung, die eigentlich immer abwechselnd mit dem Slendermaps kamen. Also eine Woche Indie-Games-Vorstellung, eine Woche Slendermap. Und ja, das Ganze wird jetzt etwas unregelmäßig kommen. Immer wenn ich ein interessantes Spiel für euch finde, werde ich das euch zeigen. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass es irgendeine Regelmäßigkeit hätte. Einfach kunterbunt, wann ich gerade Bock habe, wann ich auch was für euch finde. Weil wenn ich zwangsläufig jede Woche ein Spiel raushaue, dann ist die Hälfte davon nur gut. Und das ist ja blöd, ne? Auch für euch. Und ich, ja, das ist jetzt keine richtige Ankündigung, aber vielleicht kommt irgendwie noch was Unregelmäßiges in nächster Zeit dazu. Dass ich einfach mal Zeit zum Aufnehmen habe und beispielsweise irgendeine Adventure-Map aufnehme. Und die dann irgendwie vier Wochen lang oder so einmal ein Part hochlade oder sowas, ne? Aber dazu gibt es in den einzelnen Videos von den Projekten eben noch Infos. Da lege ich mich jetzt nicht fest, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst und nicht irgendwie denkt, ja, wieso kommt da jetzt auf einmal sowas? Das steht doch gar nicht im Upload-Plan drin, ne? Auf jeden Fall, ich freue mich mit euch auf Amnesia. Indie-Games kommen unregelmäßig. Slender ist abgeschlossen und somit könnte man dieses fast 3-Minuten-Video auch in den paar Wörtern hier zusammenfassen. Ja, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr von den kommenden Projekten nichts verpassen wollt, dann klickt doch einfach auf den Knopf hin. 3, 2, 1. 3, 2, 1.